Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 220. Eine Folge, wo ich jetzt gerade schwer abschätzen kann, wie lange sie dauern wird, weil es sind relativ wenig Mails da und auch die, die da sind, sind teilweise erstaunlich kurz, wahrscheinlich, weil mal kein Paket verloren gegangen ist. Scherz. Aber dafür ist viel auf YouTube passiert. Also gehen wir es rein oder legen wir los. Dann schauen wir mal, wie lange es am Ende sein wird. Gut, also YouTube. Gehe ich erst mal die zwei Kommentare durch, die ich auch gespürt habe von Videos, die älter sind. Und ich hoffe, dass ich nicht irgendwie zwischendurch noch was verliere. Keine für Reviews gehalten. Gut, zu einem tatsächlich schon ziemlich alten Eating mit der Trattoria Alfredo Pizzatasche Hotdog und Burger vom Lidl, die immer wieder mal kommt. Was dazu führt, dass immer wieder mal Leute tatsächlich irgendwas noch dazu sagen. Nämlich Blue Monster meint, er fand die Hotdog-Variante auch nicht so toll, war ihm geschmacklich zu fad. Dagegen war die Burger-Variante viel würziger, herzhafter. Das habe ich vage so im Kopf. Aber wie gesagt, das ist irgendwie so über 100 Folgen her. Also schon mindestens ein Jahr, dass ich die mal gegessen habe. Länger. Und interessant ist, ich weiß ja nicht, wer das hier alles weiß bei YouTube. In den Kommentaren, zumindest hier im Backend, sehe ich bei Leuten, die öffentliche Abos haben, wer mich wie lange abonniert hat. Und der hat mich seit vier Monaten abonniert, der gute Herr Blue Monster. Es ist eine Frage, aber nur wegen Wieso. Wahrscheinlich wegen solchen Wies oder ob er hier auch zuhört. Falls ja, fühl dich gegrüßt, Blue Monster. Und sonst, ja. Interessant auf jeden Fall. Gut, dann. Und das andere war, wo habe ich es gerade gefunden? Der Heinrich Hinkel meint, bald kann sich Ulrich nur noch von der Fanpost ernähren in Bezug auf das letzte Fanpost-Video. Ja, nicht ganz, aber es geht. Ich bin fleißig am Abessen und Trinken von Dominiks Paket. Der ist, glaube ich, immer noch so verblüfft, dass er verstummt ist zwischendurch. Schnief wird aber bestimmt wieder. Also die nächsten Wochen sind auf jeden Fall gesichert. Und ja. Gut, dann gehen wir in die Kommentare zu den neuen Videos. Nämlich zum Bla haben wir. Der Düsi meint, früher geht er fast gar nicht. Er war nämlich wirklich fast punktgenau. Um 10 Uhr hat er sich seine erste Medaille abgeholt. Dann meint er, Tokio besser spät als nie. Als zweiter mit Silbermedaille. Und dann meint der MT Lite richtig. Und der Bumsi meint, zu früh gekommen. Und der Düsi meint, ich komme immer rechtzeitig. Ja, ja, ihr Ferkel hier. So. Und dann schreibt mir der Düsi gestern Morgen ab 10 Uhr, Also heute am Freitag gibt es wieder den Xbox-Kühlschrank bei GameStop. Und wohl auch jeden weiteren Freitag im Mai. Was dann jetzt noch zwei Stück sind. Ja. Ich fühle mich momentan nicht motiviert, muss ich sagen. Weil, also, ich meine, Luxusobjekte habe ich hier. Aber dieser... Eigentlich, warum hat uns Microsoft eigentlich keinen gestellt in der Arbeit? Sauerei. Naja. Der ist zwar nett und knuffig, aber ich habe halt einen richtigen Kühlschrank. Und was will ich denn? Der kostet halt doch Geld. Und GameStop. Und ach, ich habe eigentlich keine Lust mehr, auf Stress zu gehen und so weiter. Aber gut. Naja. Vielleicht denke ich ihn mal spontan um. Aber diesen Freitag habe ich jedenfalls, habe ich es nicht getan. Und der Max meint noch, vor ein paar Minuten tatsächlich erst, euch allen schönes Wunder. Ihr bleibt gesund. Und auf, dass ihr den Freitag der 13. überstanden habt. Ich hoffe, das haben alle. Sonst können sie ja hier auch schlecht zuhören. Ja. Gut. Dann gab es am Montag das berühmt-richtigte Luxusobjekt. Jawohl. Ich habe es tatsächlich jetzt ausgepackt. Wer es noch nicht gesehen hat, der holt das am besten nach. Es ist nämlich diese fantastische Pac-Man-Uhr von Casio, die es letztes Jahr mal gab. Und die ich dann nicht mitbekommen habe, bis es zu spät war. Dann musste ich sie auf Ebay kaufen. Naja. Dann haben wir hier, der NLK-Design meint, der hat schon nicht mehr damit gerechnet. Endlich kann er in Frieden sterben. Ja. Sechs Daumen hoch. Ne. Interessant. Der Düsi meint Wup Wup. Ja. Der MT-Li, der meint richtig coole Uhr. Der Bumsi meint lieber Luxusmodell, lieber Luxusmodel als Luxusobjekt. Ja. Der Tobi meint, das Luxusobjekt tickt wenigstens halbwegs richtig, was man von den meisten Models nicht sagen kann. Zwinker-Smiley. Ja gut, so viele Luxusmodels habe ich noch nicht ausprobiert, um das jetzt so stichprobenartig sagen zu können. Egal. Der Düsi meint noch Glückwunsch zu Uhr. Trage ich sie denn auch immer? Äh, nee. Tatsächlich nein, weil, wie ich im Video ja festgestellt habe, die Uhrzeit lässt sich einfach beschissen ablesen auf dem Ding. Also, lustigerweise, sie steht jetzt bei mir im Regal auf die Entfernung, sieht man es relativ gut sogar. Da fällt man in die Uhr nicht richtig gestellt, da fällt man ändern. Aber so im Handgelenk beim Draufschauen ist das einfach nicht praktisch genug für mich gewesen, um mich jetzt wirklich zu überzeugen. Also, ich hatte es vor, sie zu tragen. Ich habe die nicht zum Sammeln gekauft. Aber sie ist einfach vom praktischen Aspekt, fehlt mir da was. Ich meine auch, dass das Datum nicht angezeigt wird, okay, das kann man wohl noch verschmerzen, aber die, es ist halt einfach leider nicht so von der Praxis her. Deswegen steht es jetzt im Regal, da steht sie gut. Kann ich auch mitleben. Ähm, jetzt muss ich mir halt mal irgendwann eine neue kaufen, weil meine jetzige Casio ist einfach schon abgeranzt, das alles aus. Das ist ja meine alte, das ist die mit dem Metallarmband. Ich hatte zwischendurch wieder eine mit Plastikarmband. Das ist aber kaputt gegangen. Und bei diesem Metallarmband, da ist eben diese, diese Verriegelung zum Festhalten von, vom Verschluss, die ist irgendwie nicht mehr stabil. Und immer wenn ich, wenn ich halt den Arm ein bisschen bewege, dann, dann dehnt sich quasi das, äh, Armband aus und dann sitzt mir das zu locker. Ich mag's nicht. Also, die Uhr da sollte nicht zu straff sitzen, aber auch nicht so, dass er permanent vorne über die Knöchel drüber rutscht. Das ist, das nervt mich auch. Also, aber egal. Dann meint der Tokio, es gibt es also doch. Genau. Ich dachte, das Ganze wäre so eine Mythos-Geschichte. Nee, nee. Sehr schöne Uhr. Ja, schon. Allerdings findet er 100, respektive 160 Euro gar nicht so, so, so teuer für eine Uhr. So eine Schmerzgrenze liegt da etwas höher, was Uhren angeht. Dann meint der Heinrich Hinkel 1600 Euro. Dann meint der Tokio, nee, so Größenwahrscheinlich ist er dann doch nicht. Die teuerste Uhr, die er hat, lag bei 260 Euro. Das war sicher irgendeine dieser fortsächlichen Swatches oder so ein Mist. Ja, und der Heinrich Hinkel meinte auch noch, 160 Euro ist doch noch keine Luxussumme. Für mich schon. Also, ich meine, ich gebe ja schon mal mehr Geld aus für irgendeinen Käse. So ist es nett. Ich habe mir ein Playdate gekauft, ja. Das ist ja auch kein, kein, äh, Billigkauf. Oder ich lege auch mal, ich lege inzwischen natürlich freiwillig Porto hin, damit es schneller geht. Ich habe mal, also, hey, wie ist es, dieses Schulmädchen-Tutor-Simulation-VR-Spiel von Banai Namco, dessen Name mir spontan entfallen ist. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich mit Versand und alles 120 Euro hingesetzt. Das war auch ganz schön doof. Aber das ist einem nach hinten nach auch klar geworden. Egal. Nein, eine Uhr ist für mich halt ein Gebrauchsobjekt. Und für ein Gebrauchsobjekt, das man nicht pfleglich behandeln muss unbedingt. Weil eine Uhr halt, die habe ich immer dran. Die kann schon mal irgendwo anhauen. Da ist 160 Euro ganz schön viel, finde ich. Und vor allem, ich, klar, weiß ich schon auch, wir haben es im Leclerc, haben es jetzt mal im Fangewimmel eine 300.000-Euro-Uhr vom Handgelenk gezogen. Uhren sind auch preislich nach oben offen. Ich weiß, aber nein. Für mich ist es halt eine Praxis. Sie muss praktisch sein. Also, ich mag auch keine Ziffernblätteruhren mit Geschnickschnack. Ich möchte eine digitale Uhr, wo ich die Uhrzeit vernünftig ablesen kann und nicht erst gucken muss, welcher Zeiger steht es wo wirklich. Da ist es für mich das andere. Ich könnte mir eher vorstellen, für Autogeld hinzusetzen. Weil das sieht dann halt auch, es hat halt mehr. Eine Uhr ist eine Uhr ist eine Uhr, sozusagen. Aber gut, kann man unterschiedlich sehen, schon klar. Aber mir geht es halt so. Okay, dann. Das erste Trinking dieser Woche war eins aus dem Dominik-Paket. Danke, Dominik. Das White Crocodile Smoothberry, was mich nicht so sehr fasziniert hat. Der MT Elite meint, ist das Getränk nicht auch von so einem Rapper-Typen? Also, wenn es das ist, da finde ich, haben sie es ein bisschen, keine Ahnung. Schauen wir halt mal. Ein Crocodile. Sounddrinks. Sounddrinks? Da gibt es mindestens vier Sorten, sehe ich hier gerade. Okay, zwei davon hatte ich. Bitte was? Da muss man Geburtsdatum angeben auf der Webseite. Was? Ist da irgendwo Alkohol drin? Tropical Orange gibt es noch und Exotic Cola. Ähm, okay. Das war nicht vom Hersteller, das war ein Shop. White Crocodile. White Crocodile. Softdrink? Ah, tatsächlich. Ja, du hast, korrekt, der Meng, den Softdrink von, wenn ich es jetzt mal finden würde. Geil. Bei Google war es im Text drin, jetzt suche ich es gerade. Produkte. Ja, und geht es heute nochmal auf? Crazy Lime. Home. Impressum. Da, wo ist jetzt hier die Info? Start. Da muss ich hier draufklicken. Oh Gott, da wird ein Pac-Man aufgemacht. Egal. Also bei Google steht dazu irgendwie von Rav Camorra und Bones MC, die ich beide null kennen tue, aber macht ja nichts. Es ist vielleicht auch besser so. Vielleicht hätte es mir sonst einen Appetit verdorben. Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich, das ist wohl offenbar von denen. Da hast du recht, das wusste ich nicht. Und der Krogi meint, das Krokodil war nicht besonders wild und bissig im Geschmack. Das ist korrekt. Korrekt, kompakt und korrekt zusammengefasst. Dann, das erste Eating aus dem Dominik-Paket, danke Dominik, war Nong Shim Sweet Potato Snack. Und der MT Dine meint, sehr interessant, gibt es hoffentlich auch beim Rewe. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es es irgendwo gibt, weil ich habe ja eben diese super fies, scharfen Nudeln, die habe ich in der Medica gekauft. Aber ich glaube, die wirst du ja eher nicht finden. Du wirst nicht in dieser Form. Die waren okay. Also ich sage mal so, ich bin inzwischen ja schon ein bisschen fortgeschritten mit dem Rest des Pakets. Das waren sicher nicht die langweiligsten und die schlechtesten Sachen. Ja, gut. Und der Tokio meint, Süßkartoffelpommes sind sehr lecker, sollte ich mal probieren. Und der Düsi meint, sein Fall sind sie nicht. Also meine Eltern finden Süßkartoffeln furchtbar, deswegen hat man eigentlich schon noch ewig keine. Ich muss mal wirklich irgendwann ein Säckchen kaufen oder so, aber mal schauen. Also ich meine, ich hatte schon mal Süßkartoffel, Kartoffelchips, Chips irgendwann mal auch hier in den Eatings, die auch nicht so wahnsinnig faszinierend waren. Aber egal. Dann, das zweite Social-Trinken war die Ahoi-Brause-Kirsche, wo ich nach dem Reinigen des iPads aufgenommen habe und sich herausgestellt habe, jep, das mit dem Mikro hat immer noch nicht geklappt. Hat spontan, hat spannende Effekte gehabt, wie auch der MT-Lite festgestellt hat. Das Knacken beim Ton kommt besonders mit Kopfhörer gut rüber. Aber ja, ich habe es ja gesehen beim Bearbeiten im Ausschlag quasi und habe mir gedacht, nee, da müsst ihr durch, macht ja auch nichts. Und der Düsi meint, nice. Aha. Und der Togio meint noch, was für einen Geschmack hat Brause eigentlich, wenn nichts wie Kirsche oder Waldmeister dazu gemischt wird? Ich vermute mal einfach süß und prickelig. Ich weiß nicht, waren die Ahoi-Brause-Brause-Pulver-Dinger, die es, warte mal, nee, ist es an, oder? Warte mal, Moment. Ich muss mal kurz ablegen. Nee. Wir sind vor einer Weile mal im Zuge eines Testmusters, waren so lustige 80er-Jahre-Schlecksachen dabei, die ich vielleicht vielleicht auch nicht mal noch für ein Video verwenden werde. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gedacht, da wäre Ahoi-Brause dabei. Nee, war was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, ob die damals, die originale Ahoi-Brause hat, glaube ich, keinen spezifischen Geschmack gehabt. Die war bloß prickelig. Das alleine hat gereicht oder so. Wer schreibt da was? Niemand. Was schreibt jetzt der Herr Pixel Connect heute? Er spielt was? Grid Legends? Ernsthaft? Warum das denn? Will er seine Zuschauer mal verschrecken? Soll er tun. Ist ein nettes Spiel, aber mei. Mich hat es nicht gebeamt, wie man ihn lesen konnte. Also jedenfalls, ja, keine Ahnung. Die Brausen sind halt brausig. Okay. Und dann habe ich noch. Interessanterweise zeigt mir hier wieder YouTube zwei Kommentare zu diesem Video an. Aber sehen tue ich nur einen. Das ist immer spannend. Das muss doch irgendein Spam-Shit sein, den sie automatisch wegfischen. Warum steht es da dran? Also jedenfalls, heute gab es noch, kurzfristig, das Intro zu Seven Pirates Age, dem neuen Spiel von East Asia Soft, wo man mit sieben Piratinnen das Meer erkundet und die guten Frauen mit Bubi-Training auftrainiert. Und da kommen Oberweiten raus, das alles jenseits von Gut und Böse. Ist aber tatsächlich ein ganz ordentliches, simples Rollenspiel, simplisches Rollenspiel, so im Neptunia-Style, mit halt Fergeleien drin. Also für einen Bumsi ist es das Richtige, kann man so sagen. Okay. Der NLK-Design noch mal hindurch. Das wollte er eigentlich immer mal für die Vita haben, aber da es komplett japanisch ist, hat er es nie gekauft. Das ist auch eine gute Idee. Natürlich kann man sich mit Guides wohl durchhangeln. Also man würde sagen, kann man. Ich habe es ja jetzt, ich habe es tatsächlich durchgespielt zum Test mit True End. Aber da verliert man dann halt schon ein bisschen so die, die Story ist nichts Besonderes, aber ganz neckisch. Und die Übersetzung ist tatsächlich ganz gut gelungen. Also Text gesprochen ist natürlich japanisch. Und das Ganze drumherum wäre schon sich mit, ja, also ich habe da auch keine Lust drauf. Was kostet das für die Switch? Hat eh keine. Also bei Switch kann man viel, bei Switch gibt es viel schönen Schweinkram, wie man ja feststellt. Das Kustit, eh, 40 Euro. Gibt es als Download bei uns und bei PlayAsia als Retail. Ich vermute mal, ohne es jetzt zu wissen, dass es NetGames über kurz oder lang auch noch haben wird. Die haben eigentlich die ganzen PlayAsia-Geschichten gerne mal da. Ich habe schon ein paar da gekauft, weil ich auch nicht so scharf bin, die aus Hongkong importieren zu müssen. Also jedenfalls, Spielzeit ist, wird 15 Stunden, ist eine gute Schätzung. Kann man jetzt streiten, ob es das wert ist. Also ich muss ja nicht kaufen. Das ist das Gute dran. Ich werde es mir aber noch zulegen mal fürs Regal. Ne, das ist schon ganz okay. Und mir hat es mehr Spaß gemacht, wie die Vorgänger die anderen Gankai-Toki-Spiele, weil die Dungeon-Crawler, die sind ziemlich biestig. Und das hier ist ziemlich nicht so biestig. Man sollte allerdings nicht den Fehler machen und das Speiern vergessen. Das Speiern manuell und es gibt ein paar Bosse, wo man ganz blöd Neid tappen kann. Und aus den Boss-Files kann man nicht fliehen. Wenn man dann drauf geht und feststellt, dass drei Stunden Spielzeit weg sind, dann findet man es nicht ganz so geil. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Gut. Das war's mit YouTube. Ach da. Oh, ich sehe hier. Okay, ich habe hoffentlich beim Ablegen des Kopfhörers niemanden das Trommelfeld weggepustet. Aber da müsst ihr durch. Ist so. Gut. Gehen wir in die E-Mails. Also es wird, glaube ich, ein bisschen kürzer heute wieder. Aber macht nichts. Wird schon. Dann nehme ich in Tokio gleich mal zuerst rein. Diesmal war er auch der Erste. Und nachdem die Mail jetzt nicht so lang ist, ist er auch nicht der große Abschluss, wenn man so will. Also, Luxus-Bla. Hallo oder nicht. Nachdem das Luxus-Objekt jetzt die Öffentlichkeit erblickt hat, musst du den Mythos natürlich aufrechterhalten, dir ein Luxus-Objekt Nummer zwei zulegen, das dann nächstes Jahr enthüllt wird. Zwinker, Smiley. Naja, wenn es irgendwas gibt, was mich entsprechend motiviert. Dann gucken wir halt mal. Momentan ist aber nichts im Begriff. Weil, ja, mein Playdate halt. Aber das ist ja eine andere Baustelle. Er hat sich auch schon diverse Dinge vorgestellt, aber auf eine Uhr wäre er nicht gekommen. Ist aber ein schönes Teil. Und das Casio-typische Klickgeräusch weckt Erinnerung. Ja, wie gesagt, schön ist es schon, wenn man sie halt besser ablesen könnte. Also, ich meine, ich verstehe, warum das Ziffernblatt so ist. Das ist Ziffernblatt. Das Display. Dann aber halt mehr auch nicht. Ja, ich habe gerade einen Faden verloren, weil ich nebenbei bei Discord Nachrichten reinbekommen habe. Was wollte ich sagen? Ja, also jedenfalls ist es für mich einfach nicht praktisch genug. Und dann, naja. Und da weiß ich, ob ich es schon mitbekommen habe. Pepsi Company und Edeka haben sich geeinigt. Nee, habe ich nicht. Sieh dir an. Heißt, bald gibt es doch wieder Schwibschwab, dann aber 6% teurer, so wie er gelesen hat. Pepsi wollte wohl 10%. Ich meine, ich kann mal nur sagen, das kann mir ja egal sein, was Edeka mehr drauf langt, nachdem sie den Preis mal um 20% erhöht haben vor ein paar Wochen. Das kann dann sich auch ein Edeka leisten, dass es teurer ist. Vor allem, wenn dann wirklich jemand was kauft. Also, die Gewinnspanne steigt dann ja mal ordentlich. Also, ist schon krass. Ich war heute im Rewe mal und habe was geguckt. Ich habe gesehen, sie haben tatsächlich zwei oder drei Sixpacks zum einen ins Regalräumen gehabt. Mehr Platz ist da auch nicht. Also, im Rewe ist Pepsi und Schwibschwab und Co. nur noch ganz schamhaft so im hintersten Eck vom Regal zu finden. Und gerade bei so Sonderangeboten ist es halt mal echt bescheuert. Wenn dann nichts da ist. Aber mein Gott, ist halt so. Fragen. Schaue ich mir nach Picard an. Ihn hat Staffel 2 nach zwei Wochen verloren. Er fand die ersten Folgen sehr gut. Dann war es noch okay. Aber was für ein Murks dann zuletzt gefeiert wurde, war für ihn nicht mehr ansehbar, ohne dass er aus dem Kopfschwüttel rauskam. Doch, ich habe es durchgeschaut. Und dann hast du aber einige Sachen noch nicht gesehen, wo man wirklich cringen muss. Ich glaube, die waren in den ersten zwei Folgen noch nicht. Also, die Gegenwartsgeschichten sind schwanken. Sag ich mal so. Aber unterm Strich fand ich sie schon besser wie die erste, weil nicht gleich drei Viertel der Staffel Leerlauf war. Dafür gab es halt ein paar dumme Momente. Und eigentlich, die schließt auch ganz gut ab. Also, es ist interessant, dass es so gut abschließt, weil es kommt ja eine dritte Staffel, die sie jetzt, glaube ich, auch schon abgedreht haben, oder? Die dritte und letzte Staffel kommt noch mit einem Haufen Next-Generation-Läufen drin, wieder. Äh, nee, also es war ganz okay. Ziemann nicht. Strange New World sei noch nicht gesehen, falls jemand fragen möchte, habe ich aber natürlich jetzt mal vor. Man muss nur halt noch, ja. Offiziell ist es sehr schwierig. Wobei ich nicht geschaut habe, ob es jetzt auf Jupiter... Nee. Wer ist? Na, Jupiter. Du? Pluto. TV läuft drin. Lief wird nicht... Nee. Wie gefiel mir das Nintendo Direct? Das war ja kein Direct, sondern ein Indie-World, der so... Ja, war... Ging. War jetzt nicht die spannendsten Sachen. War für mich immer der gleiche Spaß. Oh Gott, Shadow Drops. Ich habe alle Spiele aufgestellt. Mini Motorways spielt sich, kann ich so sagen, erstaunlicherweise mit dem Controller sogar für meine Finden ein bisschen besser, wie mit dem Touchscreen, was ich nie gedacht hätte. Das ist recht gut. Die anderen muss ich erst noch spielen und so, aber... Also es war nicht so richtig, richtige Kracher diesmal dabei. So, oh geil. Ich meine, dass die ganzen Leute immer an Hollow Knight denken... Wer ist Pertzong? Oh Gott, nee. Egal. Das ist natürlich ein Runninger gezwischen, aber... Nee, also es hielt sich in Grenzen die Faszination, muss ich so sagen. Aber mein Gott. Ist schon mal auch okay. Muss nicht immer alles brutaler sein. Wie gefühlt mir der Miami-Groppi? Ach, Mai. Ich finde doof, dass der Verstappen gewonnen hat, weil mir Red Bull zutiefst unsympathisch ist. Durch die ganzen Oberren da. Der Horner und der Marco sind doch furchtbare Heuchler. Und... Hypokrit... Nee. Nee. Ja, Heuchler einfach. Passt schon. Und überhaupt... Naja. Also ich fand, das Rennen war halt auch nicht so spannend. Ich meine, ich war überrascht, dass so wenig passiert ist während dem Rennen. Eigentlich. Und die Strecke ist halt auch ein bisschen kurios, aber ja. Mei, man kann es anschauen. Es gibt Schlimmeres. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Ich muss mal ganz kurz doch. Aber ja. Organisatorische Probleme. Das ist... Ja. Also, gleich wieder da. Ich mache nur kurz Pause. Aber für euch fällt es ja eh nicht weiter auf. So. Bin wieder da. Es ist brillant immer, wenn man ein Testmuster kriegt und sich dann rausstellt. Doppler, der Code ist für was anderes, so ungefähr. Das haben wir jetzt heute zweimal gehabt. Einmal hast du die falsche Konsolen-Version. Gut, PS4 statt PS5. Was jetzt bei dem besagten Spiel nichts ausmacht, weil das eh so ausschaut, als ob es 20 Jahre alt wäre. Egal. Und beim anderen, da gab es halt offenbar einen Bonus-Code. Und wir haben leider den Bonus-Code bekommen und nicht das Spiel. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, vor allem wenn man es erst jetzt merkt, wenn dann schon alle Feierabend haben. Aber so ist es halt. Naja, was soll man machen? Dann muss es bis Montag warten. Zum Glück kein Spiel, das ich teste. Sonst, oh Gott, dann hätte ich es schon früher gemerkt. Aber ist egal. Also, was haben wir noch? Starfield rutscht jetzt auch doch auf 2023. Was glaube ich? Welches heiß erwartet Spiel, welches noch dieses Jahr erscheinen soll, folgt dem Sternenfeld? Naja, ich meine, es gibt einen naheliegenden Kandidaten. Das ist God of War. Das ist dann natürlich nicht Microsoft, sondern Sony. Sony, aber kann man sich auch vorstellen, oder? Schon krass. Also von Sony gibt es aktuell ein einziges Spiel für Weihnachten, von dem wir wissen. Und das ist God of War. Und von Microsoft gibt es jetzt gar nichts mehr. Redfall hat sich übrigens auch verschoben, das juckt ja keinen. Das ist ja der Gag dran. Ja, es gibt ja Spekulationen, dass Forza vielleicht kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist das alles viel zu still. Und ich meine, dass... Ich würde gern sagen, die normalen Forzas, also Forza Motorsports, sind immer ein bisschen früher angefangen worden, angehypt zu werden, wie die Horizons, die ja immer recht kurzfristig erst angekündigt waren. Jetzt Teil 5 kam ja auch gerade mal drei oder vier Monate vorher, oder? Haben sie es überhaupt erst enthüllt? Na ja. Was auch spannend ist, zu Horizon gibt es ja immer noch die Add-ons nicht. Die normalerweise, spätestens zu E3 kam es zweite. Diesmal haben wir das erste noch nicht mal. Jetzt gibt es ja so, wird auch so hier und da spekuliert, ob das vielleicht jetzt der Weihnachtsfüller werden soll. Ist krass. Nee, also sonst so, also von den Nintendo selber hat ja schon alles versch... Da wissen wir ja nur gar nichts, außer dass Zelda verschoben ist. Aber es hat ja auch noch nie einen wirklichen Termin. Oh, ja, es ist schon krass. Also God of War war naheliegend. Ich meine, was sonst noch so rumrennt, Call of Duty glaube ich nicht. EA, my Need for Speed, kommt es dieses Jahr? Wahrscheinlich schon, würde ich sagen. Es ist ja auch schon zwei Jahre. Ja, es ist... Boah, also Starfield ist schon hart. Ich meine, nicht, dass es jetzt so die wahnsinnige Überraschung ist. Dafür war... Der Start umkam super früh. Und bisher hat man ja super nichts gesehen. Also das ist nicht die größte Überraschung. Was ich übrigens sehr lustig fand, war, dass dann am Donnerstag, paar Stunden nach dieser Starfield-Versiebung kommt EA um die gesagt hat, übrigens, Dead Space hat einen Termin. Hier ist der exakte Termin Ende Januar. Bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich würde mal sagen, viel Glück. Das kommt nicht daraus. Ich glaube es nicht. Wir werden es sehen. Im 27. Januar können wir mal gucken, ob es so war. Aber wahrscheinlich eh schon viel früher. Denke ich jetzt. Naja, schauen wir halt mal. Was essen unsere Katzen eigentlich am liebsten? Nichts Spezifisches. Sie fressen halt Trockenfutter. Nassfutter. Aber eher erst, wenn es ein bisschen abgestanden ist. Also frisch aus der Dose sind sehr selten zu begeistern. Aber über die Nacht verschwindet es dann doch immer. Was ist das eigentlich für ein Brief, den ich... Achso, ja, richtig. Ich sehe da gerade einen Brief und denke mir, was ist das? Egal. Mäuse und Vögel offensichtlich, was wir ab und zu im Garten merken. Zum Glück bringen sie es nicht mehr rein. Wobei mein Dicke hat mir letztens mal einen Ballen rausgewürgt auf der Couch, wo auch was drin war, was nach Tierrest aussah. Aber er geht nicht auf der Couch auf seiner Schlafmatratze, wo er im Speicher immer liegt. Ja. Also so spezifische Sorten an Trockenfutter könnte ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, beim einen Trockenfutter sind sie schon... Gibt es schon irgendwas, was sie lieber mögen. Aber so nichts, was mir jetzt einfällt. Egal. Naja. Und noch Skandal. EA trennt sich nächstes Jahr namentlich von der Fieber. Wer wird mehr darunter leiden? Die Fieber, die dann ihr eigenes Süppchen kochen will, wie auch immer es dann aussieht. Oder EA, die nur ein ziemlich beschissener neuer Name einfiel. Ich finde den Namen, wenn man darüber nachdenkt, nach wie vor gar nicht so falsch. Weil es heißt jetzt, sie haben vermieden, Socker oder Football zu sagen, damit die dummen Amis nicht durcheinander kommen. Und sie können einen einheitlichen Namen nehmen für weltweit. Und FC wird verstanden. Kurios. Weil in der MLS gibt es ja auch diverse FCs. Nicht SCs. Sockerclub. Also ich denke, dass das EA gar nicht so dramatisch tangiert. Ich kann mir auch, ich meine, die These gibt ja, dass wirklich genug Leute so dumm sind und nicht kapieren, dass sie jetzt was anderes kaufen. Das kann ich mir einfach nicht ganz vorstellen. Die FIFA, ich weiß auch nicht, warum ich die kriege. Die offiziellen Pressemitteilungen rund um Computerspiele kriegen wir auch. Also ich zumindest. Und ich meine, das Zitat vom Infantinum hat es ja schon drin gemacht. Das einzig wahre, beste, tollste Fußballspiel wird immer das sein, wo FIFA draufsteht. Und denkst du dir, ja, ja, schwätz mal. Jetzt kommen ja erstmal ein paar Arcade-Fußball, die wahrscheinlich sicher auch ganz geil mit Mikrotransaktionen und anderem Schrott voll sind. Wer soll es denn machen, dein tolles Super-Fußball für 2023? Ich meine, Konami, Konami hat zwar offenbar genug Geld über Pachinko, aber ob die sich das an Klotz ans Bein binden wollen, die sind ja froh, wenn ihr Spiel überhaupt mal funktioniert, denke ich. Und sonst gibt es ja keinen, der da wirklich Erfahrung mit hat. Also ich glaube, dass die FIFA, ich meine, Leiden ist da vielleicht, die werden wahrscheinlich ordentlich Geld kriegen, weil irgendein Depp wird schon daherkommen und Geld abdrücken wie Sau. Und der Rest ist doch scheißegal. Glaubt ihr jemand ernsthaft, dass denen die Qualität wichtig ist? Null. Da geht es nur ums Geld und nichts sonst. Das ist ja auch klar. Mei. Warten wir es ab. Also mir ist es zum Glück ziemlich egal, weil ich es eh nicht spielen muss und oder will. Ja. Ein etwas zu warmes, schönes Wochenende, einen kernigen Wünsch der Tokio. Jetzt mache ich hier mal kurz den Wetterbericht. Na ja, mal gucken. Also jetzt über die Woche war es schon mal ordentlich, schon wieder, dass ich es hier schon wieder geschwitzt habe. Jetzt geht es gerade. Schauen wir mal, was haben wir nächste Woche? Oh, geht so weiter scheinbar. Also jetzt Freitag und Samstag hat es ja geregnet auch. Ah ne, Donnerstag und Freitag. Samstag 23, überwiegend sonnig. Dann 25, teilweise sonnig. Montag, oh, Donnerstürme mit 25. Dann geht es weiter. 23, 24, 24, 26 am Freitag und dann 22 und 16. Ja, der Sommer fängt langsam an. Das wird wieder ein Spaß. Aber gut, schauen wir mal. Gut, dann geht es weiter mit... Ich ziehe jetzt mal den Düsi vor, weil das einfacher ist. Pardon, aber das machen wir jetzt einfach so. Gut, mein Ulrich. Blitzer.de App. Ahem, hat sich bei ihm schon amortisiert. Ja gut. Wäre denkbar, aber der Punkt ist, ich habe halt überhaupt nicht dran gedacht. Ich bin... Ich fahre alle paar Monate mal weiter wie außerhalb von Mehring durch die Gegend. Und in Mehring selber gibt es eigentlich solche Situationen. Wobei, mich hat es auch schon mal auf einer normalen Tempo 30 Straße erwischt. Und da wo... Das war sehr ärgerlich. Aber gut, da denkt man so nicht dran. Und da fährt man jetzt inzwischen noch... Aber an der Straße, die war halt schnurgerade weitläufig. Kein Auto in Sicht. Und ich... Ärgerlich. Noch ist der Strafzettel nicht gekommen oder der Bußgeldzettel. Ich bin also noch nicht informiert, was es jetzt wirklich kostet. Aber ja, gut. Blitzer.de App wäre wohl gegangen. Aber ja, wie gesagt, muss man... Jetzt, wo ich ein Smartphone hätte, könnte ich sogar während der Fahrt schauen. Aber naja. Pingels sind recht teuer. Ja, aber er mag sie. Lieblingsstandardsorten sind Sour Cream & Onion. Da hatte ich jetzt ja auch welche. Siehe Asphalz und Sweet Paprika. Ob ich die mal probiert hätte? Er findet die viel besser als die Standard Paprika. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal probiert habe. Aber besser als die Standard Paprika ist nicht so schwer. Weil die habe ich mal gegessen und habe mir gedacht, die waren jetzt nicht gut so toll. Ja, vielleicht probiere ich sie. Ich meine, Pingels... Man kann natürlich Pingels wie beim Pepsi auch vorgehen. Man kauft sie nur dann, wenn sie im Angebot sind. Weil die sind ja regelmäßig im Angebot und kosten dann die Hälfte. So wie, ich glaube, diese Woche beim Rewe. Nächste Woche gleich beim Lidl. Wobei da ist dann die Frage, welche Sorten man kriegt. Aber Sour Cream & Onion, die kriegt man eigentlich mehr oder weniger überall. Das stimmt schon. Ja, das ist wohl wahr. Dann, Geheimtipps für faule Leute wie ihn, meinte High Pulse Schnellschnürsystem. Ein paar elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss für einen perfekten Sitz und sicheren Halt. Habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Den muss ich mir jetzt mal anschauen. Das ist der Link auf Amazon. Ah ja, wie passen die in die Schuhe? Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, ja, okay, vielleicht. Die gibt es derzeit nicht verfügbar, steht hier aber. Interessant, gibt es aber nicht, steht hier. Warum auch immer, ist ja auch egal. Und noch die für Herren schnallenlose Gürtel, elastische Gürtel ohne Schnalle, dreieinhalb Zentimeter Breite und so weiter und so fort. Ja, beim Gürtel habe ich kein Problem. Also ein Gürtel schnell zumachen, das ist jetzt echt kein Problem. Und da muss ich sagen, oh Gott, wie schaut das denn aus? Also ganz ehrlich, bei den Schnürsenkeln kein Thema. Aber mit so einem Gürtel, da käme ich mir ganz ehrlich blöd vor. Weil der hält sich quasi für Leute, die es nicht gesehen oder nicht googeln wollen, der Gürtel, wie funktioniert der eigentlich bitte schön? Ich bin jetzt nicht sicher, wie das klappt. Der hält quasi mit Druckknöpfen oder was, um die zwei vorderen Schnallen, ne Ösenhalsschränkel, wie auch immer, vorne. Und dann hat man einen Gürtel, der also außen rum geht, aber die Frontklappe, wo man den Knopf in dem Fall zumacht für den Reißverschluss, der ist offen. Also da merkt es auch wirklich jeder, dass man quasi keine Lust oder keine Kompetenz für einen normalen Gürtel hat. Gut, hier ist als Beispiel für Leute im Rollstuhl, das lasse ich mir nur eingehen. Aber für mich selber, da käme ich mir echt komisch vor. Also das, nee, nee, kann ich nicht ganz mitgehen in dem Fall. Sorry. 4K Gamer Pro wurde schon von mehreren, er unterstellt mal unabhängigen YouTubern getestet. Naja, möglich, möglicherweise auch nicht, wer weiß das schon. Unter anderem Nerd Over News, die kenne ich nicht. Und sie waren alle recht angetan. Ja, möglich, keine Ahnung. Klar wird die Grafik nicht besser, man sieht die schlechte Grafik nur schärfer. Da haben aber vier Modi aus 20, 50, 100 Prozent Sinn da. Und die 50 sollen am besten sein, also schärfer und nicht zu scharf. Mal abwarten, da wird berichten. Dann berichte mal. Ein bisschen interessiert es mich schon. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, das mir als wirklich gesehen und nützvoll vorzustellen. Warum bin ich schon wieder am Gehen? Ich weiß nicht. Gut, den Kühlschrank hat er am 29.04. um 10.45 Uhr gekauft. War zufällig auf Twitter. Man muss auch mal Glück haben, glaube ich. Die haben diesen Freitag auch nochmal welche rausgehauen und hauen wohl auch jeden fertigen Mal wer raus. Das hast du ja auch bei YouTube geschrieben. Ich habe nicht geschaut, ich gebe es zu. Ich finde es trotzdem irgendwie sinnfrei, was sie da machen. Aber mein Gott. Und Glückwunsch zum frühen Playdate. Danke. Noch ist es unterwegs. Seit dem 10. Mai ist es aus dem Versandhaus raus. Ich habe die Tracking-Nummer inzwischen. In Deutschland wird es DPD ausliefern. Okay, habe ich jetzt kein größeres Problem mit. DPD hier im Eck von Deutschland, also hier in Mehring, da funktioniert das normalerweise. Und die Abvorzollung klappt eigentlich auch, weil die Bücher von Bitmap Books kommen auch immer von dem. Es hat bisher immer geklappt. Bin ich also ganz optimistisch. Die Frage ist halt, wie lange es noch dauern wird. Angebliche Lieferung 25. bis 27. Ich glaube, das ist zu weit geschätzt. Aber man kann es halt null einschätzen, weil hier das Tracking wirklich gefühlt von aus Amerika raus. Und jetzt ist es schon in Deutschland, wahrscheinlich keinen Mucks mehr machen wird. Ja, mal schauen. Also bin gespannt. Mal schauen, was dann wird. Ja, Computerbild hat es schon gedessen. War recht angetan. Der Screen ist sehr cool. Computerbild auch. Das habe ich nicht mitbekommen. Bin verblüfft. Ich habe es gesehen auf Spiegel natürlich, weil es das Insert 9 eins hatte. Und habe mir dann gedacht, eigentlich war mir ganz schön blöd, dass wir nicht mal gefragt hätten, ob wir ein Vorab-Exemplar haben können. Weil wenn Insert 9 und der Mensch, der für Spiegel den Bericht geschrieben hat, eins kriegt, dann sind wir, glaube ich, auch relevant genug. Und die Agentur hätte ich sogar gewusst. Ich habe dann nochmal gefragt. Nee, sorry, jetzt nicht mehr. Sind alle durch und die verschicken jetzt die Verkaufsexemplare. Naja gut, kann man nicht ändern. Dann ist es halt so. Insgesamt ist das Gelder aber relativ klein. Sie ist kleiner als erwartet. Ja, ich habe die Vergleichsbilder gesehen neben seinem Analog Pocket. Ist schon klein. Aber es macht mir nichts. Er hat am 30.07.2021 um 0.39 Uhr bestellt. War, glaubt er, deutlich später als möglich. Das kann ich dir sagen. Ich habe es nicht bestellt. Am 29.07.2021 um 19.07 Uhr. Tja, also ein paar Stunden vorher. Und ich hatte auch schon das Ultradusel, dass ich durchgekommen bin. Weil die ja, wie ja dann hinten nachher auch erklärt worden ist, in ihrem Bezahlsystem war irgendwas, was für Nicht-Amerikaner am Anfang ordentlich gebockt hat. Und dann ist man automatisch mit dem Weg aus Gruppe 1 rausgeflogen. Und ich bin durchgekommen. Bei mir hat es geklappt. Also es gibt genug andere Europäer, wo es auch geklappt hat, aber viele halt auch nicht. Also es ist schon ein Dusel gehabt. Soll mir aber recht sein. Ja. Da ist ich nicht sicher, ob das was ist. Das hast du aber nach ein paar Stunden später auch nicht gewusst. Jetzt sind Gruppe 4. Oh je, oh je. Ja, Gruppe 1 ist wohl jetzt relativ durch. Gruppe 2, ja die Schätzungen habe ich gesehen auch. Anfang 2022 und die anderen Gruppen dann in der zweiten Hälfte und Gruppe 5 in der späten Hälfte. Also ich drücke dir die Daumen. Es wird sicher noch dauern. Ich bin mal sehr gespannt. Aber ich habe irgendwo auch gelesen, ich muss mal noch nachchecken. Scheinbar ist es inzwischen deutlich teurer geworden. Weil der Versand wohl so viel teurer geworden ist. Das kann gut sein. Also irgendwo stand meine 100, was? 100 Dollar für Versand und Steuern. Und ich habe da glaube ich, was haben wir hier gezahlt? 40 oder so. 45. Also ich habe natürlich das Cover mitbestellt, weil, wenn schon, denn schon. Das Steriodog hätte ich natürlich auch gleich mitbestellt. Aber da haben sie ja bis heute seit nichts mehr gesagt. Also wer weiß, wann das jemals kommt. Und dann ist es glaube ich Kostenfrage. Dann können wir uns ja mal überlegen, ob wir uns zusammentun. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber lassen wir es erst mal soweit kommen. Gut. Schöne Woche und dann bleibt. Das wäre alles schön negativ, mein Tadusi. Danke. Gleichfalls. Und damit? Na ja gut, wird doch einigermaßen okay lang. Stoßen wir zur letzten E-Mail, die vom Diego ist. Konnichiwa Ulrich. Wie ist die Lage im schönen Morgen? Ja. Ich habe jetzt Urlaub eine Woche. Das ist schon mal nicht schlecht. Das Heft ist durch. Erfolgreich. Und jetzt habe ich eine Woche Urlaub. Und werden wahrscheinlich wieder genauso wenig nicht arbeiten wie sonst wir. Aber ne. Naja. Na gut. Er hat jetzt seinen PC neu konfiguriert. Fertig können. Und muss jetzt mal gleich bei Steam wieder ein paar Spiele rauslassen, um das Ganze zu testen. Hat sich auch ein bisschen Schmuddelkram organisiert. Tatsächlich hat er wieder was gefunden. Nachdem wir bei uns zwei Spiele nicht mehr über Steam zu beziehen sind, danke Deutscher Jugendschutz, war eigentlich sein Hauptgrund, sich überhaupt einen Steam-Account zu zwingen. Da muss ich so sagen, das ist, kann man jetzt diskutieren und streiten, aber da ist schon eher Steam schuld. Weil Steam halt einfach ungewillt ist, eine vernünftige Altersabfrage zu implementieren. Da bleibt viel hängen, was nicht hängen bleiben müsste, weil halt Steam keinen Bock hat. Das ist das Ärgerliche. Ich meine, dieses Shanghai Mayong Solitaire von East Asia Soft, was jetzt kommt mit den nackigen Typen, das können wir nicht kaufen bei uns. Wenn das mal irgendwann auf Switch aufschlägt, ist es ohne Probleme zu kaufen. Also das liegt an, da ist Steam schuld, weil die sich keinen Bock haben, wie gesagt. Klar, kann man streiten, Jugendschutz, ja, nein, aber das könnte man machen, wenn man wollte und Steam will nicht. Also die haben auf jeden Fall eine ordentliche Mitschuld zumindest. Ich glaube, sogar Subverse gibt es auf GOG, wenn ich mir nicht täusche zum Kaufen, auf Steam, ja, viel Glück. Wobei, ich meine, ohne Gewehr, nage ich mich nicht fest, wenn man einen Key hat, den kann man, glaube ich, einlösen. Also ich konnte meinen Subverse Key einlösen, aber ich, wobei, ich habe den eingelöst, wie er seinerzeit kam. Das ist sehr lang her und ich kann es jetzt auch runterladen und updaten, aber kaufen könnte ich es nicht mehr. Also ich kann es dir nicht beschwören, aber, naja. Also er war dann doch recht überrascht, was wieder das eine oder andere Spiel doch zu finden ist. Eins davon ist Choo Choo My Waifu. Lässt sich mit Waifu und Discovered, Uncovered oder Discovered, je nachdem, aber nicht undiscovered, vergleichen, sieht nur etwas besser aus, findet er. Da gucke ich mir jetzt mal den Trailer halt mal kurz an. Also wenn auf YouTube ein Trailer möglich ist, dann kann man, also T-Online könnte man hier das Spam-Filter wieder aktualisieren. Das ist ganz schön lästig, was da alles gerade durchmarschiert. Nervig. Dann mache ich hier schnell den Spam in den Junk. Was ist hier gekommen? Nanu. Na, YouTube. Die Kimo-Chia. Das hat ja Story-Sequenzen auch. Oh Gott, man schießt also direkt auf die strategischen Stellen. Okay. Und es wackelt ein bisschen. Ja, also es kommt bei Spielern schon auch ein bisschen weniger chaotisch und durcheinander vor. Das, ja. Keine Ahnung, wie viel man letztens wirklich zu sehen kriegt, wenn es bei uns dann auch noch zu haben ist. Oh, oh, oh. Wow. Oh, also der Trailer. Okay. Ja. Ja. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen was ist. Gut. Dann. So wie Robo-Life Days with Aino. Eine Visual Novel mit ein paar interaktiven Elementen. Ja, das Thumbnail-Bild sieht ganz knuffig aus. Oh. Oh. Dann hat er noch eins entdeckt, wo er sich zuerst kaputt gelacht hat. Er hat sich aber doch nicht gekauft, sondern nur mal auf die Wunschlüsse getan. Nennt sich Wanderlust und leider konnte er den Trailer nicht finden, den er auf Steam gesehen hat. Aber im Grunde handelt es sich um eine Disney-Parodie, in dem die Prinzessin die Welt bereist, um sich durchzupoppen zu lassen. Die Grafik ist eher zweckmäßiger. Die Idee ist schon witzig. Es ist wieder eines dieser 3D-Spiele, gell. Die sind immer schwierig. Also ich kann dir mal aus Erfahrung, aus experimentellen Gründen sagen, das ist immer alles... In 3D ist es immer nicht so... Oh ja, wow. Ja, gut. Aber schön. Ich kann dir auch mal... Es gibt eine Webseite namens F95 Zone, die könnte für dich interessant sein, sage ich jetzt einfach mal so. Und nicht viel mehr. Gut. Jetzt muss ich mir doch das Video mit dem Robo-Live-Test, das ist ein Walkthrough, mal noch kurz durchscannen. Oh ja. Ganz solide gezeichnet. Oh ja, mit ein bisschen Management drin und so. Ja, das könnte ganz nett sein, gebe ich zu. Das sieht aus wie ein Spiel, das auch auf Switch gehen könnte, aber... Na gut. Ja. Das Story of Ocean Video würde ich mal reinziehen. Sieht sehr interessant aus. Danke für den Tipp. Das ist... Habe ich in Wochenrückblick diesmal gehabt. Das ist... Hat das denn jetzt so jemand anderes auch noch erwähnt? Pardon. Habe ich das überlesen? Ich habe letztens was überlesen. Achso, ich habe ein Kommentar letztes Mal überlesen. Den schiebe ich jetzt hinten nach noch nach. Hat sich ja keiner beschwert drüber, aber egal. Anders war auf der Webseite, wo jemand kommentiert hat. Egal. Das Video ist... Kim Justice hat eigentlich einen sehr guten Ruf wohl. Ich habe noch nicht viel von da gesehen, aber das habe ich mal angeschaut. Das ist ganz schön lang, ja. Und was halt ein bisschen doof ist für uns, dass gerne mal die Spectrum-Versionen genommen worden sind, die dann halt kacke aussehen im Verhältnis zur C64-Version. Aber, mein Gott. Dann ist es halt so. Es ist ganz witzig, doch. Echt schade, dass sich IE Somnium, falls verschiebt, hat schon echt Lust auf das Spiel. Kommt es? Ich hoffe, es kommt am ersten Teil an. Das hoffe ich auch. Die Verschiebung ist auch total für den Arsch. Also diese Parität. Was für eine Parität? Warum muss der digitale Europa-Release paritätisch mit dem europäischen Retail-Release sein? Und dann haben sie ja gestern noch getweetet, ja, wir verstehen ja, dass die Leute sich Sorgen machen, jetzt wir bitten doch bitte alle drum, macht doch Spoiler-Text und nicht spoilern. Und die Reaktion drauf war natürlich genauso wieder so, ja, was zum Henker. Also das ist, also der wahre Grund muss, wird gemutmaßt, habe ich auch so Thesen gelesen, dass halt irgendwo eine vertragliche Geschichte ist, dass die paritätisch sein müssen, weil der Handel sonst einen Aufstand schiebt. Das ist denkbar. Ist aber dann trotzdem scheiße. Also das ist, vor allem die Steam-Version stellt sich jetzt raus, die kommt zeitgleich mit dem Rest der Welt. Also das ist schon ärgerlich. Da muss man mal gucken. Also das ist, ich finde es sau blöd. Ich habe überlegt, in Amerika mir eins zu bestellen, habe dann schnell festgestellt, ah, das ist zu teuer. Der Dollar ist arschhoch, dann noch Steuern drauf, unversand, plus Amazon America bietet aktuell keinen Express mehr an. Warum auch immer. Es war vor einer Weile noch anders, jetzt geht es nicht mehr. Es gibt keine Express-Option, da steht, ja, Lieferzeit, sieben bis zehn Tagen. Ist natürlich auch billiger. Ja, wenn es denn stimmt, dann lohnt es sich eh nicht, wenn ich zwei Wochen fast darauf warten muss, bis es da ist. Dann kann ich es auch gleich bei uns kaufen. Zumal das ja in Deutschland sogar rauskäme. Offiziell. Aber Japan ist noch eine Option. Da kostet es tatsächlich mit Versand und Steuern und jedem Scheiß genau 60 Euro. Also das Verhältnis super billig. Da weiß man aber halt leider noch nicht, ob Englisch drauf ist. Beim ersten war es so, aber ich würde nicht auf Verdacht bestellen. Das ist mir zu gefährlich bei so einem Spiel. Ich habe mal ein, zweimal auf Verdacht bestellt, aber da war auch die Indizien halt hinreichend. Ich meine, wenn es mal erschienen ist, kann man nachgucken. Wenn es im E-Shop oder im Playstation Store mit Englisch drauf sein sollte, dann kann man wohl zugreifen. Aber warten wir es ab, ist noch eine Weile hin. Ich bin ärgerlich, ist es auf jeden Fall, ja. Aber was soll man machen? Geht halt nicht anders. Also die Wahrheit, die richtig wäre es gewesen, wenn es einfach im ganzen Westen um zwei Wochen verschieben. Hätte auch in Amerika keiner was gesagt, weil passiert halt aktuell, wird halt verschoben. Aber dass man es den Leuten so auf die Nase drückt, dass es nur Europa betrifft, das war, finde ich, totaler Fail. Das hätte einfach nicht sein dürfen, das war saublöd. Naja. Zu den Schwitzspielen. 227 Retails hat er aktuell in der Liste. Ja, da bin ich ja nicht mal so super weit weg. Aber, ja, kann man machen, klar. Ein paar mehr könnte ich sicher auch noch haben, aber ein paar Sachen habe ich dann doch lieber auf der Playstation gekauft und so weiter. Aber, ja, wie man mir zum Beispiel jetzt auch sagt, dass Pocky und Rocky auf der Playstation wohl besser läuft, weil auf der Switch kommt es halt doch manchmal ins Problem. Ist jetzt auch nicht die größte Überraschung, aber gut. Und Juhu, Dead Space Remake hat eigentlich einen Termin. Ja gut, wie gesagt, da habe ich ja vorher schon drüber, finde ich, ich glaube nicht dran, dass der gehalten wird. Warten wir es ab. Fragen. Wieso muss denn gefühlt jedes 2D-Spiel mittlerweile irgendwelche Rogue-Elemente haben? Rogue, nicht Rouge. Ja, aber zieht er durch, immerhin gnadenlos durch, der Diego, schreit immer Rouge. Ihm geht es oft so, dass ein Spiel in den Stores entdeckt, dass er das mit anspricht, bis er liest Rogue-Lite oder Prozedural generiert, bla. Können sich der Entwickler kein vernünftiges Level-Design mehr ausdenken? Ja, man hat den Eindruck manchmal. Ich kann dir Wildcat Gun Machine, das ist nicht Prozedural. Das funktioniert auch ganz okay, wenn man sowas halt mag. Ja. Ja. Ja, geht mir auch so, gerne und oft. Wobei er sich jetzt meint, dass Source of Madness trotzdem mal genauer anschauen wird, auch wenn er befürchtet ist, dass es am Ende abwinkt. Da kann ich jetzt sagen, das habe ich getestet. Habe ich ja, glaube ich, auch erwähnt. Stimmt, das ist halt im Rückblick diesmal sogar. Aber das ist, ja, es ist ein Rogue-Lite. Aber es ist halt eins, wo man auch als nicht so super Fan davon akzeptabel unterhalten wird, finde ich. Und der Stil halt natürlich. Loot River ist ja im Game Pass. Das hat mich zum Beispiel total gefrustet. Da kann ich zwar sehen, was cool dran ist, aber für mich war es nichts. Ja, stimmt schon. Also den Monat war auffällig. Ich meine, Rogue Legacy auch noch und dann noch drei, vier andere Spiele. Da fällt es einem richtig auf. Aber ja, mei. Ist halt doch leider so. Gerade bei den Action-Last-Ingelegen. Ja, natürlich Salt and Sacrifice, aber da gehört es ja dazu. Uh, ein neues Spiel von Novak Tackle. Haus in Fata und Morgana namens Project Code, Name M. Sieht sehr interessant aus. Nach Fata und Morgana würde das blind kaufen. Schon was davon gehört. Ich habe es auch nur gesehen heute, dass es das gibt. Ich habe den Trailer noch nicht angeguckt. Das ist irgendwas mit mehr so weniger Visual Novel-Scheinbar ist und mehr so Adventure. Ehrlich gesagt, nachdem ich ja mit Haus of Fata und Morgana nicht so warm geworden bin und immer noch nicht wieder probiert habe, muss ich deswegen unbedingt haben. Ich weiß nicht. Ich sehe auch gerade, dass mir Herr Stiel nicht so, die Gesichter, ich weiß nicht. Warten wir es ab. Wenn es mal so weit ist, kann man mal gucken. Dauert ja eh noch ein bisschen, aber ja. Schon gehört, Gerücht zum neuen Silent Hill. Ganz am Rande. Ehrlich gesagt, nicht verfolgt. Passiert nicht mehr oft, dass ein Name bei ihm gleichzeitig immense Vorfreude in Angst, dass die Entwicklungen erstmal wieder verkacken, auslösen. Mei. Nee, ganz ehrlich. Ich habe da, da bin ich völlig... Die Musik war immer ganz cool. Gespielt habe ich halt nur das auf der Wii. Das fand ich auch ganz gut. Aber viel mehr kann ich dazu halt auch nicht sagen. Bis leider. Bei Nintendo's Indie Direct war jetzt nicht wirklich was für ihn dabei, außer Gunbrella. Das hat ihn tatsächlich angeturnt. War was für mich dabei. Siehe vorhin, das Opus ist ja ein hochgelobtes PC-Spiel. Wie mir dann Steffen gesagt hat, das werde ich mir anschauen. Das habe ich mir gesichert. Und Mei, Mini Motorways weiß ich ja, dass es wirklich gut ist. Das habe ich mir auch nochmal organisiert. Und sonst so war, ja, die ganz großen, wow. U-Blitz soll wohl auch recht gut sein. Gibt es ja auf der Xbox schon ewig als Games-Preview. Aber ich kann da nicht viel zu sagen. Nee, bestimmt schon. So der totale, wow, geil, will jetzt haben. Hoffentlich kommt es bald, war nicht dabei. Aber ja, mein Gott. Pix Incoming. Kommen wir gleich in diesem Sinne. Ein erholsames Worten uns allen. Peace, finde ich auch. Das ist eine Lara Croft, die erstaunlich... In der modernen Ausprägung mit dem blauen Top und so. Und diesem Steigeisenhaken-Dingsens-Axt-Teil. Die ist ganz okay. Ja. Dann haben wir hier eine, was auch immer das ist. Oi. Latex. Strümpfe, die bis an die Hüfte reichen. Okay. Latex-Oberteil mit Schwarz-Türkis. Interessant. Eine komische... Hm. Soll es jetzt eine Ordensschwester-Kappe sein? Und einen... Tanga-String-Unterteil-Badanzug. Ja, und weiße... Weiß-Türkis. Ja, interessant. Und sie posiert mit Kameran nach oben. Die Decke ist türkises Metall. Interessant. Und hier haben wir eine... Was ist das denn? Korsett, schwarz und so. Ein bisschen angeniert, aber nicht wirklich near. Ja, auch ganz nett. Und hier habe ich eine Elfe noch. Einfach. Die ist ein bisschen langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, okay. Eine Amazone steht hier. Hunting Amazon steht da. Aha. So, so. Okay. Ja, danke. Immer wieder. Interessant. Habe ich es gesehen. Danke dir. Gut, das war's. Ja, es sind doch 50 Minuten geworden. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Für die... Aber soll mir recht sein. Ist für alle recht. Viel mehr gibt es jetzt auch nicht. Also, wie gesagt, nicht so viel Urlaub. Mal schauen. Vielleicht komme ich mal dazu, irgendwas zu spielen. Es gibt ominöse Pläne. Wenn sie sich realisieren lassen, könnten sie sich in Videos niederschlagen. Aber... Hm. Mal gucken. Ohne Gewehr alles. Wie immer. Ähm. Und sonst gibt es nächste Woche. Momentan gibt es zwei Eatings, zwei Drinkings. Es könnte was dazukommen, wenn Amazon sich beeilt. Schauen wir mal. Das würde ich aber vielleicht sogar schon am Sonntag abfeuern. Wenn sie sich wirklich beeilen, müssen wir abwarten. Ähm. Und sonst gibt es halt den nächsten Plan natürlich. Und dazu, wie immer, kurz und schmerzlos. Kommentare und sonstiges bitte entweder bei YouTube neiglatschen oder natürlich noch sehr viel lieber als E-Mail an bla mit h at kernschweb.de. Und das Ganze natürlich bitte bis Freitag 18 Uhr. Gerne auch früher. Aber das klappt ja sowieso nie, wenn ich das... Ist egal, ob ich sage oder nicht. Also Freitag 18 Uhr. Passt. Und dann gucken wir mal. Ich habe dann noch natürlich jetzt Programmtipp für heute Abend. Oder Samstagabend. Der Song Contest ist natürlich... Ich bin ganz erschüttert, dass ich es im Wochenrückblick vergessen habe. Aber macht ja nichts. Ich habe mir die Halbfinale so mit einem halben Auge angeschaut. Und ohne Peter Urban Kommentar, damit er seine Sprüche, die er dann wiederholt, am Samstag nochmal für mich frisch klingen. Ja, waren ein paar ganz nette Sachen dabei. Schauen wir mal, ob Deutschland diesmal nicht letzter wird. Ich glaube, die Chancen sind okay. Weil das Lied ist jetzt auch nicht geil, aber ist auch nicht furchtbar. Und gewinnen wird eh die Ukraine. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, nicht rumtun. Das wird einfach symbolisch so sein. Das Lied ist jetzt auch nicht furchtbar, aber... Mein Gott. Schauen wir mal. Ich freue mich tatsächlich drauf. Und sonst fährt jetzt irgendwie ein Motorrad drin. Kann sein. Formel 1 ist ja nicht. Egal. Ja. Dann sage ich mal... Wetter habe ich ja schon vorgelesen. Dann sage ich mal... Ich wünsche euch auch ein gutes, stressfreies, angenehmes, erholsames Wochenende. Hoffentlich. Und die nächste Woche sollte auch hoffentlich gut laufen. Und dann eben bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.